Heute versuche ich, das höchste Gebäude der Welt in möglichst schneller Zeit zu besteigen. Also die Treppen hoch, ne? Damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Hier ein kurzer Faktencheck zum größten Gebäude der Welt. Und dann gehen wir schon los. 15 Stockwerke in 2 Minuten. Nach 18 Minuten 127 Stockwerke. Wir haben alles aufgenommen, aber leider auf Zeitraffer. Ich drehe durch. Das war ich nicht. Was ihr alles bisher verpasst habt. Ich habe live on cam meine Schuhe verloren. Ich rutschte fast auf meinem eigenen Schweiß aus. Die Challenge ist immer trinken zwischendurch. Ich habe nicht so viel Luft. Am Ende habe ich einfach nur geschnauft wie ein Bulle. Und im Endsport auf schnellster Stufe habe ich mich dann noch verschluckt, aber es trotzdem in schneller Zeit geschafft. 189 Stockwerke. Was soll ich noch besteigen außer eure Mitte? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare.